Das Universum hat seine eigene Art und Weise, Dir zu zeigen, dass Deine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. Oft geschehen diese Hinweise auf subtile, aber kraftvolle Weise. Es ist wichtig, aufmerksam und achtsam zu sein, um diese Zeichen zu erkennen. In unserem heutigen Podcast zeigen wir Dir einige Anzeichen, dass das Universum dabei ist, Deine Wünsche zu erfüllen. Wenn Du noch nicht Teil unserer tollen Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1 – Du erlebst Synchronicitäten Synchronicitäten sind bedeutungsvolle Zufälle, die kein Zufall sind. Wenn Du bemerkst, dass bestimmte Zahlen, Namen oder Ereignisse immer wieder in Deinem Leben auftauchen, dann sind das Zeichen des Universums. Diese Synchronicitäten zeigen Dir, dass Du auf dem richtigen Weg bist und dass Deine Wünsche bald Wirklichkeit werden. Sie sind eine Art kosmisches Augenzwinkern, das Dir sagt, dass das Universum an Deiner Seite ist. Nummer 2 – Du fühlst Dich in Einklang mit Dir selbst Ein starkes Zeichen, dass das Universum Deine Wünsche erfüllt, ist ein tiefes Gefühl des Einklangs mit Dir selbst. Du spürst inneren Frieden, Freude und ein starkes Gefühl der Klarheit. Diese emotionale und spirituelle Ausgeglichenheit zeigt, dass Du im Einklang mit Deiner Bestimmung und Deinen Träumen bist. Wenn Du in dieser Harmonie lebst, öffnest Du Dich für die Fülle des Universums. Nummer 3 – Unerwartete Möglichkeiten bieten sich an Das Universum öffnet Türen auf unerwartete Weise. Plötzlich tauchen neue Chancen, Begegnungen und Möglichkeiten auf, die Dich Deinem Wunsch näher bringen. Diese Gelegenheiten sind oft unverhofft und kommen genau zur richtigen Zeit. Sei offen und bereit, diese Chancen zu ergreifen, denn sie sind das Mittel des Universums, um Deine Wünsche zu manifestieren. Nummer 4 – Du erhältst unerwartete Unterstützung Wenn Du bemerkst, dass Menschen in Deinem Leben auftauchen, die Dir Unterstützung und Hilfe anbieten, ist das ein starkes Zeichen des Universums. Diese Menschen sind oft genau die Richtigen zur richtigen Zeit. Sie bieten Dir Rat, Unterstützung oder sogar materielle Hilfe, die Dich weiter auf Deinem Weg voranbringt. Das Universum sendet Dir genau die Hilfe, die Du benötigst. Nummer 5 – Du hast klare Visionen und Träume Ein weiteres Zeichen, dass das Universum dabei ist, Deine Wünsche zu erfüllen, sind klare Visionen und lebhafte Träume. Diese Visionen sind oft so real und detailliert, dass sie Dir das Gefühl geben, als ob Dein Wunsch bereits Wirklichkeit geworden ist. Diese Träume und Visionen sind Botschaften des Universums, die Dir zeigen, dass Dein Unterbewusstsein bereits daran arbeitet, Deine Wünsche zu manifestieren. Nummer 6 – Du fühlst Dich inspiriert und motiviert Ein starkes Gefühl von Inspiration und Motivation ist ein weiteres Zeichen, dass das Universum Deine Wünsche erfüllt. Du fühlst Dich plötzlich voller Energie und Tatendrang, um Deine Ziele zu erreichen. Diese Inspiration kommt oft aus dem Nichts und gibt Dir den Schub, den Du brauchst, um weiterzumachen. Das Universum gibt Dir die nötige Energie und den Antrieb, um Deine Träume zu verwirklichen. Nummer 7 – Du siehst Zeichen in der Natur Die Natur ist ein mächtiger Botschafter des Universums. Wenn Du bemerkst, dass bestimmte Tiere, Pflanzen oder Wetterphänomene immer wieder in Deinem Leben auftauchen, dann sind das Zeichen des Universums. Diese natürlichen Zeichen sind Symbole und Botschaften, die Dir zeigen, dass Deine Wünsche auf dem Weg sind. Achte auf diese subtilen Hinweise und nimm sie als positive Bestätigung. Nummer 8 – Du erlebst tiefe emotionale Heilung Ein weiteres starkes Zeichen, dass das Universum Deine Wünsche erfüllt, ist tiefe emotionale Heilung. Alte Wunden, Traumata und emotionale Blockaden beginnen sich aufzulösen. Du fühlst Dich freier und leichter, als ob eine Last von Deinen Schultern genommen wurde. Diese Heilung ist notwendig, um Platz für Deine neuen Wünsche und Träume zu schaffen. Das Universum bereitet Dich darauf vor, Deine Wünsche in einem Zustand der inneren Reinheit zu empfangen. Nummer 9 – Du spürst eine starke Verbindung zu Deinem Höheren Selbst Eine tiefe Verbindung zu Deinem Höheren Selbst ist ein Zeichen dafür, dass das Universum Deine Wünsche erfüllt. Du fühlst Dich in Einklang mit Deiner Intuition und inneren Beisheit. Diese Verbindung gibt Dir das Vertrauen und die Sicherheit, dass Du auf dem richtigen Weg bist. Dein Höheres Selbst ist der Kanal, durch den das Universum mit Dir kommuniziert und Dir zeigt, dass Deine Wünsche bald in Erfüllung gehen. Nummer 10 – Du erlebst Momente des tiefen Friedens Momente des tiefen Friedens und der Ruhe sind Zeichen, dass das Universum Deine Wünsche erfüllen wird. Diese Momente können während der Meditation, beim Spaziergang, in der Natur oder einfach in stillen Augenblicken des Tages auftreten. Dieser tiefe Frieden ist ein Zeichen, dass Du im Einklang mit dem Universum bist und dass Deine Wünsche auf dem Weg zu Dir sind. Erlaube Dir, diese Momente der Ruhe zu genießen und darauf zu vertrauen, dass alles gut ist. Nummer 11 – Du wirst zu neuen Interessen und Hobbys gezogen Wenn Du plötzlich neue Interessen und Hobbys entdeckst, die Dich faszinieren, ist das ein Zeichen des Universums. Diese neuen Aktivitäten können Dir neue Fähigkeiten, Erkenntnisse und Perspektiven bringen, die Dir auf Deinem Weg helfen. Das Universum lenkt Dich in Richtungen, die Dir dienen und Dich Deinem Ziel näher bringen. Nummer 12 – Du fühlst Dich von toxischen Beziehungen befreit Ein weiteres, ganz wichtiges Zeichen, dass das Universum Deine Wünsche erfüllt, ist die Befreiung von toxischen Beziehungen. Du beginnst, Dich von Menschen und Situationen zu lösen, die Dir nicht guttun und Deine Energie rauben. Diese Befreiung schafft Platz für neue, positive Verbindungen und Erfahrungen in Deinem Leben. Das Universum entfernt alles, was Dich daran hindert, Deine Wünsche zu manifestieren. Nummer 13 – Du erlebst Glück und Freude in kleinen Dich. Wenn Du Glück und Freude in den kleinen Dingen des Lebens findest, ist das ein Zeichen des Universums. Diese Momente des Glücks sind ein Hinweis darauf, dass Du in einer hohen Schwingung lebst, die Deine Wünsche anzieht. Genieße diese kleinen Freuden und erkenne sie als Zeichen, dass das Universum Dich auf den richtigen Weg führt. Nummer 14 – Du erhältst positive Rückmeldungen und Anerkennung Positive Rückmeldungen und Anerkennung von anderen Menschen sind ein weiteres Zeichen. Wenn Du für Deine Bemühungen, Talente und Erfolge anerkannt wirst, zeigt das, dass das Universum Deine harte Arbeit und Deine Bestrebungen bemerkt. Diese Anerkennung stärkt Dein Selbstvertrauen und gibt Dir die Motivation, weiterzumachen. Nummer 15 – Du spürst Deine tiefe Dankbarkeit Tiefe Dankbarkeit ist eines der kraftvollsten Zeichen, dass das Universum Deine Wünsche erfüllt. Wenn Du ein starkes Gefühl der Dankbarkeit für alles, was Du hast und erlebst, empfindest, bist Du in einer hohen Schwingung, die Deine Wünsche anzieht. Dankbarkeit öffnet Dein Herz und Deinen Geist für die Fülle des Universums und erlaubt es, Deine Wünsche leichter zu manifestieren. Unser heutiges Fazit Das Universum arbeitet ständig daran, Deine Wünsche und Träume zu erfüllen. Indem Du auf diese Zeichen achtest und ihnen vertraust, kannst Du sicher sein, dass Du auf dem richtigen Weg bist. Sei offen für die Botschaften des Universums und lass Dich von ihnen leiten. Erkenne, dass Du ein wertvoller Teil des großen Ganzen bist und dass Deine Wünsche und Träume wichtig sind. Vertraue darauf, dass das Universum immer an Deiner Seite ist und Dich dabei unterstützt, das Leben zu leben, das Du Dir wünschst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! Zuhören und bis bald!